Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der GroKo und heute ist wieder der Lars dabei. Eine Runde Mario Party. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich beim Lars schon gesehen. Wir machen das jetzt. Doch, vielleicht schon. Wenn ich mal ein Video rausbringe nach Diamond, haben sie die vielleicht bei dir schon gesehen. Oder wenn sie es später anschauen. Ja, okay. Du bist ein grüner Toad. Ja, du bist Pi... Ne, du bist... Wer ist das? Ich bin Peach. Ich bin wirklich Peach. Ist das Peach? Ja. Das ist nicht Daisy. Wir müssen bei Mario Party eigentlich würfeln und werden dann die entsprechende Felderanzahl nach vorne teleportiert und müssen dann noch Minispiele gewinnen und in den Minispielen können wir weitere Würfel dazu gewinnen quasi. Und das Spiel beginnt in 3 Sekunden. Mega nice. Wir sind auch fast 24 Leute. Endgut. Los geht's. Würfel erscheint hier in der Mitte. Ich glaube, man kann den beeinflussen. Du kannst mit Rechtsklick den Würfel stoppen bei der Zahl, die du haben willst. Äh? Wie? Ich habe jetzt in 5 gewürfelt. Ich glaube, du kannst ihn stoppen, den Würfel. Und jetzt aus. Versuch dich möglichst schnell auf den Block mit der richtigen Farbe zu begeben. Oh, das ist gut. Okay. Rosa, 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 rosa. Okay, das war easy. Ja, das wird aber richtig schnell. Ja, 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 ja. Das denke ich mir. Der Anfang ist da jetzt einfach gelb. Das war auch noch einfach für mich. Ja, das sind auch irgendwann nur Stripes oder nur Karies oder sonstiges. Oh, lila. Da stehe ich schon drauf. Ja, das ging auch noch. Oh, das war richtig knapp. Queen habe ich. Boah, hat man nur noch wenig Zeit, hey. Ja, das war nur noch wenig Zeit. Orange, orange, orange ist nicht in der Nähe. Orange war nicht in der Nähe. Nein, nein. Ich war auf der Kante und bin dann wieder runtergerutscht. Ah, schade. Nee, bei mir war es einfach nicht in der Nähe. Hey, wir sind aber beide Dritter geworden. Oh, cool. Weil da sind voll viele rausgeflogen. Und eine 4-Gewürfel. Du kannst ihn wirklich stoppen. Und eine 1-2-Bronze-Würfel. Naja, gut, okay. Ich habe den zweiten Würfel, diesen Bronze-Würfel, gerade dazubekommen, weil ich Dritter geworden bin. Und der Bronze-Würfel geht von 1 bis 3. Aber ist ja wurscht. Lars, ich bin vor dir. Schau mal. Hallo, ich kann dir winken. Hallo, hallo. Also ich bin Platz 5 und du? Platz 4. Dreier Fall. Hatten wir auch noch nicht. Cool. Also nicht, dass ich es kann, aber cool. Ja. Ich schlage auf. Oh, ich bin aufgeschlangen, ja. Oh, wie soll das denn? Ich bin auf den Slime-Blöcken gelangen. Ist das falsch? Weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man ins Wasser oder wo muss man hin? Ja, eigentlich muss man immer in ein Wasserloch. Ja, okay, weil da vorne ist Wasser. Wo ist da vorne? Ich schlage immer auf. Jetzt hier, glaube ich, hier durch. Da ist gut. Aber dann schafft man es nicht aus Wasser. Du bist zu knapp. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich bin auch im Wasser. Und jetzt? Ach, hier hinten geht es weiter, oder was? Ach, du heilige. Ach so. Ach, du. Ja, Platz 7, immerhin. Platz 7, ja. Gut, dass wir das Spiel verstanden haben, aber es hat immerhin Spaß gemacht. Hier. Please. Oh ja. Please macht Spaß. Ja, alle kennen das, nur wir sind hier voll hier random. Ich bin hier gleich weg. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Tschüss. Lecker. Ich bin auch gar nicht schlecht. Ich habe immer mit der Falt-Maus-Taste geklickt. Sehr gut, sehr gut. Aber heute ist definitiv mehr los. Heute ist definitiv mehr los. Ich bin raus. Oh, der hat sich selber ja rausgeschossen. Juhu, juhu, juhu. Ey, komm, komm mal raus. Du warst noch die ganze Zeit drin. Ich dachte, du bist schon raus, weil du vorhin so geschrien hast. Sechs. Yes. Es wird gespielt. Es wird gespielt. Duell. Oh. Krug, wir haben aber auch Pech, ey. Oh nee, Trident-Duell ist halt so, ich ersticke gleich. Ja, natürlich. Man muss auch noch wirklich atmen. Aber das Werfen bringt gar nicht. Man kann ja nicht werfen. Man kann nur pieksen. Ja. Ey. Nö, 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 nö. Muss man da möglichst aufklicken eigentlich? Yoshi. Der schwarze Yoshi. Geh weg. Ich bin schon wieder raus. Ich treffe den echt nie. Nie. Ich klicke so schnell ich kann. Ich treffe den einfach gar nicht. Kirito. Da ist er. Da. The Mine 102 kommt da her. Er weiß nicht, dass er den Trident nicht werfen kann. Das wusste ich gestern auch nicht. Das ist meine Chance auf einen Sieg. Wo bist du? Minachin. Ey. Das war nur mit einem Schuss. Das hätte mein Sieg werden können. Oh Mann. Ja, ja, ja. Platz ist. Wie gesagt, ich versiere PvP nicht. Also, da waren Leute drunter. Ich habe die nie getroffen. Ich habe so schnell geklickt, wie ich konnte. Ja, ja, ja. Aber muss man auch schnell klicken? Ist schnell klicken wirklich da? Ja, ja. Ja, weil hier ist so 1.8 PvP, ne? Achso. Okay. Oh, hat die mal gewonnen. Ich kann alle GG schreiben, ja. Die Bidi. Die Bidi hat gewonnen. Verdient, würde ich sagen. Runde 2. In Runde 2 machen wir einen grünen Hintergrund, würde ich sagen. Herr Krokodil, Andy? Yes. Da ich tog bin und du bist Luigi, kannst du bitte mal einen auf Italiener machen? Oh, Signore. Schön, dass Sie da sind. Das freut ihr mich wirklich sehr. Würfeln. Eine 6. Ich bin 100% auf Platz 1, diese Runde. Können wir aufhören? An der Stelle würde ich sagen, hören wir auf. Ich bin leider nur... Triffst du andere Spieler mit einem Pfeil, sind diese sofort tot und du bekommst einen neuen Pfeil. Das macht Bock im PvP. Oh Gott. Weil du musst halt direkt treffen und wie gesagt, wenn ich was kann, dann ist es Pfeil und Bogen. Was ist das, wenn ich nicht treffe, kriege ich keinen mehr? Du hast noch ein Schwert. Aber ich kann das nicht. Ich bin schon raus. Ach Mann. Nee, du spawst immer wieder. Kommt drauf an, wer die meisten Tills macht. Okay, 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 okay. Hey. Mitten ins Getümmel. Alle drauf, egal wo. Das spielt keine Rolle. Weil dann habe ich höhere Gewinnchancen, wenn viele um mich herum sind und... Hey, warum haut ihr den alle auf, Michi? Hey, was ist denn los mit euch? Das ist Vollschiebung. Ciao, Lars. Das war meiner. Daneben. Und Dankeschön fürs Abschießen. Und einer erwischt. In die Meute. Einer erwischt. In die Meute. Und einer hat mich abgeschossen von hinten. Und TheMiner02 ausgeschalten. Von hinten habe ich einen erwischt. Und daneben. Mist. Wenn man daneben schießt, ist es gleich vorbei. Das ist immer doof. Nee, du kannst doch noch das Schwert nehmen, wie gesagt. Ja, aber ganz ehrlich, im Schwert bin ich nicht wirklich... Kann ich meine Abschießen? Ich hätte gerne wieder einen Pfeil. Ah Mann. Ja, ja. Kann mich mal jemand töten? Danke, 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 danke. Du hast die eigentlich mit Power-Ups. Oh, dann kriege ich mal einen neuen Pfeil. Nice. Ich habe das vorher gesehen. Der hat ein Loch im Cape. Der hat ein Loch im Cape. Ja, komm her, komm her, komm her. Nice. Und weg. Und weg. Wo muss das laufen? Und weg. Zwei mit einem Schuss. Zwei mit einem Schuss. Ohne Witz. Hier sind fünf Leute auf einem Haufen. Was geht? Zwei mit einem Schuss. Ich habe zwei mit einem... Habt ihr es gesehen? Ich habe zwei Pfeile bekommen. Das war schlecht. Ich bin auf Platz zwei, Lars. Nice, nice. Du bist gleich gut wie die Lauch- Mutter. Mach dir mal Gedanken. Und weißt du, auf welchem Platz ich gerade stehe? Einsam und alleine auf Platz eins, Lars. Einsam und alleine können wir auch machen. Aber einsam ist nicht schön. Ich will alleine gewinnen. Sag mal, Lot. Ich habe Replika. Vor dir wird ein Muster abgebildet. Versuch, dieses Muster so schnell wie möglich nachzubauen. Okay, oh Gott. Oh Gott, das ist ja nicht mal einfach. Das hat ja auch keiner gesagt. Vier. Dann haben wir noch zwei hier. Schwarz da. Wer auf so schnell zu klicken. Wer klickt so schnell? Ich? Ich klicke gar nicht schnell. Und jetzt heizen darf ich hier so. Ich habe es nicht verbaut. Und habe es schon verhaut. Ich habe nicht verbaut. Einmal muss es verbaut sein. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ey, was habe ich denn falsch gemacht? Was fehlt denn hier? Ach mal. Ach, das fehlt. Okay. Hä? Ja, ich wollte sagen. Ich hatte mal. Also die Kunst hier ist es tatsächlich nicht einfach, eine Farbe durchzubauen, sondern wirklich. Das Dinge zu mustern, ne? Dann sind auch weniger Fehler drinnen hier. Weiß, 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 weiß. Oh mein Gott, das ist wirklich nicht leicht. Also so meiner ist auf jeden Fall schnell. Lauchbutter wohl auch. Ich dachte, ich habe es schon. Was ist falsch? Oh, weiße Wolle. Oh, nice. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Mist, 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 Mist. Was stimmt denn nicht? Ich habe doch alles. Ich habe doch alles. Hä? Ach, Mist, 93% noch geschafft. Platz 6. Ich auch, aber was habe ich falsch gemacht? Wahrscheinlich Farben. Ja, ich muss mir das nach einem Video nochmal in Ruhe anschauen, weil das habe ich echt nicht erkannt. Schwieriger. Nein. Okay. Da ist noch, oh nein, es sind noch zwei auf Platz 1 gekommen. Oh, da hat einer, Lauchbutter hat 5 und 5 gewürfelt. Nein, nein, 1, nein. Aber ich hatte jetzt echt Würfelglück die ganze Zeit. Und auf Platz 4 zurückgefallen. Aber jetzt hasse ich Peach. Es wird gespielt. Jump'n. Ich habe einfach erstmal alle ausgeschalten, dass ich mir hier nicht... Ah, ich hoffe, es geht an. Okay, zurücksetzen. Zurücksetzen, Entschuldigung. Ach so, man spawnt da wieder, okay. Also ich bin bei dieser Treppe. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich bin mit der Brücke. Wie weit bist du? Ja, ja. Da bin ich auch. Weil ich habe jetzt einfach mal ausgeschalten. Nein, nein. Wieso fange ich da runter? Ah, okay, sehr gut. Ich bin direkt beim Checkpoint runtergefallen. Ist das okay. Und ich komme auf die Leiter nicht rüber. Ah, da bin ich aber bei der Leiter bin ich schon vorbei. Ah, okay, okay. Der Trick ist hier so nah wie möglich ran zu crouchen und runter zu fallen. Hä, man kann doch nicht hier unten lang, oder? Nee, man kann nicht da unten. Hä, ich spawne jetzt immer hier unten? Das ist doch Vollschiebung. Ich spawne jetzt immer hier unten. Ja, 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 ich... Nein. Oh, ja, jetzt habe ich es rüber geschafft, ne? Ja, man muss. Eine 3. Na, nein. Aber ja, ich gebe meine gute Position gerade Stück für Stück auf. Wir werden niemals Mario Party gewinnen, ne? Wenn wir das mit der Community spielen. Wir brauchen irgendwelche Noobs aus dem Internet. Es wird gespielt. Reise nach Jerusalem. Yay. Letzte Reise nach Jerusalem war ich der Erste, der ausgeschieden ist. Das möchte ich heute nicht. Bitte. Yes. Da sitzen Dorfbewohner. Wir sitzen zu zweit in einem Boot. Oh la, ich dachte, ich kann da nicht rein zum Dorf. Wir saßen zu zweit im Boot. Nice die Geschichte. Ach, Mann. Da sitzt wer drinnen, da wollte ich zum nächsten Boot. Aber es ist ja ein Boot und kein Mindcard. Die letzten 5 Runden war das ein Mindcard. Ich bin so doof. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Was haben wir? Oh, Lauchbutter hat gewonnen. Hat ich gewonnen? Nice. Lauchbutter. Gratulation. Ich war Platz 5. Nice. Ich glaube, das war es für heute. Oder? Ich glaube auch. Lars, herzlichen Dank dir. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Freude. Ihr könnt alle zum Lars rüber gehen, den Lars abonnieren. Weil mich habt ihr wahrscheinlich hier schon alle abonniert, wenn ich euch kenne. Weil Content war mega geil und so. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich. Ich habe jetzt am Anfang der ersten Mario Party. Und da habe ich im Chat geschrieben, abonniert Lars. Und mein Cutter raus, nein, nein Spaß. So, damit würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ja. Ciao. Mit V.